Servus, grüß euch. Hier ist der Arn Dunzinger aus Garmisch-Parnkirchen. Ich bin heute auf der Boot, war im Final bei dem Sub-Surf-Contest. Ich bin mega happy. Ich bin durchgekommen, ich bin geil gesurft mit meinen Freunden und das ist meine Profession. Über Carsten Kürnlis kam ich zum Surfen, zum Sub-Surfen. Ich bin seit 15 Jahren selber Center Paddler. Ich liebe das. Ich habe zu Hause Bäckerei, arbeite nachts. Da gehe ich jeden Tag paddeln, aber wirklich jeden Tag. Wir haben die geilsten Sehen in Garmisch. Wenn ihr in Garmisch steigt, kommt vorbei. Wir essen eine Breze, danach gehen wir paddeln. That's life. Das ist mein Leben. Und ich freue mich schon dieses Jahr auf die ganzen Contests. Der Alptrofi, da bin ich dabei. Da bringe ich meine Brezen, meine selbstgebackenen. Die gibt es bei der Siegeerung für alle. Garantiert. Also, wir sehen uns. Ich freue mich auf euch. Bye, bye.